da kann losgehen ist schön dass sie wieder dabei seid bei einer runde eldenring wir waren ja hier letztes mal stehen geblieben und wollten das neue gebiet hier kunden aber vorher gehen wir hier mal zum händler mit dem haben wir auch noch nicht gesprochen das machen wir jetzt mal zuerst so würde ich mich denn am besten hin so kann ich hier hinsetzen er hat uns gar nichts erzählen der verkauften was na gut was können wir denn die schönes kaufen auch schmiedesteine ja okay da haben wir noch ein steinschwert schlüssel verkauft der uns sollte man mitnehmen ich habe noch nicht genug wohnen müssen wir dran denken was haben wir denn da metall schuppen rüstung was irgendwie vergleichen mit dem was man an hat und sehe ich nur 88 100 hätte dann würde ich sagen ja mal schauen dass wir mit dem schwert hier aus groß wert brauche ich denn dafür stärke 16 hier erhöht maximale lebenspunkte das wäre natürlich nicht verkehrt das medaillon ich glaube das kaufen wir uns erstmal was ist das eine notiz mit wichtigen informationen untersuchen ich glaube das macht sinn hier das kaufen wir uns auf jeden fall erst mal so ich was zu verkaufen ja hiervon nix da auch nicht das sowieso nicht das auch nicht irgendeine waffe doppelt nein der fall wie gesagt über halte ich alle mal das schild auch ich verkaufe nur sachen die ich doppelt habe man weiß nie wofür man die sachen sonst noch mal braucht so medaillon kraft habe ich jetzt 12 nein um gottes willen jetzt hätte ich ja bald einen fehler gemacht verlassen jetzt hätten wir ja bald einen fehler gemacht das wäre nicht gut ausgegangen so ausrüstung medaillon kann ich hier glaube ich anlegen so erhöht die resistenz gegen feuerschaden gegen heilig schaden denn verbessert angriffe zu pferde da haben wir noch mal wohl und roden angriffe dort haben das kritische treffer regenerieren lebenspunkte erst mal den hier ist so ich glaube zwei kümmern machen machen wir den annehmen können nur ein machen oder ich habe gedacht wird da doch wir können zwei machen lassen wir das erst mal so zwölf kraft jahrs kann ich erhöht maximale lebenspunkte gut naja ok da oben so ein bisschen naja besser als nix so gerade ich was ich schade finde ist dass man hier nicht mehrere aschen reinpacken kann ich glaube das geht nicht jetzt hier auf y drücke und mir noch warum dann die aschen da ja jetzt zum beispiel die qualle hinlegen da doch geht doch wohl glaube ich ob ich da oder kein da will ich die quale doch gar nicht hinhaben ich will die da oben da hat man uns mal die falle hin so ob ich da die qualle und da habe ich asche der wanderlinge kleine gruppe ich die erste verstärken kann das muss ich mir auch noch mal anschauen das weiß ich auch noch nicht ja gut genug gequasselt so das sammeln wir noch ein dann mal eben schnell zur gnade zurück noch mal eben alles voll machen so da gibt es mal da ist doch direkt so eine winz soll ich muss mal eben schauen bringt mich wahrscheinlich hier oben auf das plateau ja ich würde sagen dann schauen wir uns das doch gleich als erstes an oder was gehört brauchen wir das pferd für ich habe ein bach ach das ist das ist das ist ja leben erhöht das ist hier von dem schmuckstück was wir gerade angelegt haben wo dann hier stören es diesen schüttelten panzer okay aber wenn wir alles kaputt machen vielleicht ist ja doch noch hier ein verstecktes item oder was anderes nee so was hast du denn schönes wärmender stein dann schauen wir doch mal eben direkt im inventar nach wärmender stein haben wir hier verbraucht fp halt kontinuierlich verbündete in der nähe okay ach nee was war das andere denn noch wir hatten doch noch was gefunden wir hatten noch was gefunden ist das hier drunter nene das material ob ich das jetzt wieder finde ach guck mal hier ich habe er habe ja noch eine goldene sache kommt sie denn weg erhöht die anzahl der speicherplätze was bist du als neigemisch kurzzeitiger stärke schub keine ahnung ich weiß auch gar nicht mehr was da war wird wieder zuletzt bekommen haben wenn ich ehrlich bin aber wir müssen uns bei ihm schauen so hier oben ist nichts mehr können wir hier runter springen ich hoffe es aber daran denkt nach nächstem am ort der gnade sind dass wir hier noch die flaschen verbessern so ich würde sagen wir arbeiten wir hier entlang da liegt es darin achten hat hier kommen wir nirgendwo runter da ist ein turm okay bei uns gleich an wenn wir hier noch ein paar federn mit ne so hier oben drauf guckt da liegt doch was der licht splitter im winter so hatten wir schon da ist jetzt unser dritter ja da guckst mich jetzt was war das denn was wir da gerade eingesammelt haben wer das rüstung ach genau kann ich nicht tragen das braucht 14 stärke eigentlich zu viel in stärke gerade auch keine ich warte erst bis wir ein schild haben war es körperlich auf 100 ist damit wir komplett alles blocken können oder wirklich fast alles blocken können so hier ist nichts mehr welche noch mal eben am rand buch ist da denn eine ganze horde wölfe da auch noch ein wolf oder was ja an den turm schauen wir uns gleich an wenn man uns erst mal hier um die wölfe sicher ist sicher nicht dass wir von denen hier noch überrascht werden oder ist der alpha wolf so ein maler trinken ach guck mal da hätten es sogar nicht nade sicher holen wir uns aber jetzt nicht wir schauen uns erst hier weiter um ich würde sagen ich reite jetzt hier außen rum und zwar fangen wir hier an dann habe ich einen orientierungspunkt so ich glaube hier am rand liegt nichts mehr aber weiß es auch nicht mehr da könnte man sogar runter springen wird es noch mal vorsichtig hier da könnte was versteckt sein immer wenn er schon so 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 ja ich glaube das wäre eine alternative wie man hier auf käme muss ich mir nachher von unten noch mal angucken ich hoffe ich denke daran so ich glaube hier war nichts mehr hier sind war von gekommen hier ist ein kleiner see naja das war irgend sonst wie ich kürze einsammeln ich habe denn hier an der blatt ich glaube das ist unser erstes das haben wir noch gar nicht gefunden vorher so jetzt die frage kommen wir hier irgendwie rein da liegt noch ein pilz so mal eben schauen nicht hier hoch leiche plündert ach guck mal da liegt eine leiche die hätte ich so gar nicht die hätte ich glatt übersehen okay es war nur ein ei aber besser als nix da war doch was dass wir jeden buch oder ja ich schaue mir das sofort an ich bin halt sammler und jäger ich muss immer alles mitnehmen so bleibt mal ab so hier ist nichts mehr was uns gefährlich werden könnte erstmal nichts was uns im rücken fallen kann so ich guck ach so da komme ich gar nicht rein so ohne weiteres oder riedis turm wer bist du denn sucht drei drei weiße bestien okay du drei weise 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 bestien okay ach einmal kann ich da jetzt was wir machen einmal so ich hole mal das pferd wieder sind hier noch mehr bei ihm schauen ob hier noch mehr von diesen komischen das ist doch irgendwas oder da ist doch irgendwas oder hier ich habe es mir doch gedacht aber ich habe mich erschrocken so das war die zweite weiße bestie erzählt uns noch eine dritte aber auch die da oben auf dem turm ist aber ich könnte mir vorstellen ja ich schaue erst noch mal hier noch mal eben für die umgebung ab wenn wir die aber hier nicht finden vermute ich schon bald dass die da oben irgendwo ist na wo sie wieder alles absuchen wo könnte denn die dritte weiße bestie sein so hier ist nix ja aber die muss ja in der nähe von dem turm sein ich glaube nicht dass die hinten so weit weg ist ich glaube ich hole mir aber jetzt trotzdem mal eben die gnade wenn wir hier noch mal gucken ich vermute dass die die dritte weiße bestie da oben auf den turm versteckt ist hier ist aber glaube ich so weit dann nix da ist was ihr seid ihr denn okay sind auch nicht wirklich ein großes problem aber um euch kümmere ich mich später ich wie gesagt schon mir jetzt erst mal hier die gnade und haben wir die dritte bestie suchen wenn wir hier auch noch mal eben schnell rasten und weil sie jetzt nicht vergessen darf es meine flaschen noch eine hinzuzufügen so laschen auffüllung verteilen so ich brauch zwei deshalb habe ich noch eine ich hatte mir auch schon bewundert wieso nur eine eine goldene saat im inventar hat es da gehen wir noch nicht hin ich schaue jetzt aber eben noch mal ich hier da gibt es hierhin so da geht es wieder runter da müssen wir glaube ich sowieso lang so antworten ein moment und den haben eigentlich genug so dann wollte ich mir das ja hier noch mal angucken so da kommt man doch bestimmt irgendwie hoch oder oder von oben und dass man hier von oben wieder runter kommt müssten wir aber eigentlich erst auf die springen und dann können wir von da nach da und weil es doch was da oben versteckt ist das weiß man jetzt natürlich nicht wir sollen uns auch anschauen so dann wollen wir jetzt mal wieder hier auf den turm drei weiße bestien zwei jahre gefunden mal genau gucken ist die könnte die denn sein so hier ist jetzt auch keine welle mehr im wasser ist sie dann wirklich weiter hinten oder kommt man hier irgendwie wenn man kommt hier nicht auf den turm ach oh shit ich habe ja gar nicht dran gedacht dass die wölfe wieder da sind jetzt sterb nicht wegen so einem scheiß hier zählt der wolf denn vielleicht als weiße bestie wird alphatier ich meine ist ja auch weiß ne weiß kein geist in dem sinne das war jetzt voll machen hier einfach zu weit weg gleiche plündern die frage ist besättigt hat jetzt wenn ich wieder mit dem typen quatsche oder mit der mit der mit dem wasser speyer oder was das hier sein soll drei weiße bestien zwei haben wir gefunden ja ja ich weiß dann kommen wir hier wahrscheinlich rein ich hätte noch eine idee wo die sein könnte aber das wäre das wäre krass wenn die hier unten versteckt ist hier war irgendwo diese komische stelle wo ich sagte hey da sind doch noch diese komischen plattform da sind sie nicht wo sind sie denn da ich glaube das mache ich ohne pferd oder dann komme ich besser hier ich glaube viel da zieht doch so aus als wenn man hier abspringen könnte so oder mal hier da ist nichts drauf ne da ist nichts so blöd jetzt brauchen wir wahrscheinlich oben und unten liegen jetzt unsere ruhen ja genau er kommt noch mal eben schnell nach hier unten schnell reise holen unsere denn wieder immer gespannt wo die liegen jetzt liegen sie wahrscheinlich da oben bei meinem glück hätte ich gar nicht runter gemusst ich habe schrecklich ist ja diese da oben irgendwo gut über hier lang so dran denkt hatte wölfe wieder da sind so ja da müssen wir jetzt da wo sind unsere ruhen jetzt sagt nicht die sind da wo sind sie wo sind sie und da kommen ja meine ruhen ja komme ich wenn ich nicht nicht wieder sterbe hier so doch mit mount ist besser so dass ich rufen hier ok ja jetzt hier runter falle sterbe ich doch schon wieder ich versuche es war sonst sind es ja nur 1600 ruhen aber ich habe es überlebt so ich gucke jetzt trotzdem noch mal hier da komme ich nicht drauf so ich versuche von der seite wer kommt wer mit nützt alle nix wir gucken hier mal weiter also hier glaube ich wird da dritte dritte schildkröte wir brauchen wohl nicht sein hier schon geguckt wenn man hier wieder kämmer von da unten auch hier hoch anscheinend eine andere möglichkeit nach hier oben zu kommen da ist die gnade hier waren wir glaube ich schon aber ich gucke doch mal genau achte genau da sind die typen ja hier hinten waren wir noch nicht da ist ein friedhof da könnte auch die da könnte der dritte für dieg sein wird das ja gerne diese folge noch finden wir in dieser folge auch noch mal auch noch in den uren können da jetzt auch noch mal hoch so schauen wir uns das doch hier erst mal an wo ist das denn da oben aber mit den soll irgendwas machen ich glaube nicht nur mal dahinter gucken da hat das schon wieder sonne die gehen wir sowas von hoffen x die libellen ok da unten geht es auf jeden fall nicht bereit sei denn wir lernen schwimmen oder kriegen dem boot wollen ohne nehmen wir immer mit da ist auch noch dann schon oder ein eingang eine höhle was auch immer schauen wir uns aber auch gleich an wie gesagt ich will erst hat gebiet hier zu ende hervor oder kunden mir genauer angucken aber mal angst hat ich was wichtiges übersehe so kommen wir denn hier hinter da ist die brücke nach und da sind wir ja gekommen ich glaube nicht dass wir hier irgendwie runter können oder da gibt's nix so ja ja immer noch nicht die dritte der dritte weiße wie gefunden wie gesagt aber wenn ich da jetzt sich rein gehe vergesse ich das hoffe ich vergesst hat mit dem dritten mit der dritten schildkröte nicht ob wir überhaupt reinkommen vielleicht auch verschlossen nee eröffnet sich da ist mit glade auf jeden fall hat da kommen des fehlers ja wir schauen uns hier mal an aber vorsichtig ich hab's doch geahnt ich hab's doch geahnt dass hier irgendwo diese komischen viecher rum rennen ach guck mal da unten ist noch einer ich hab's doch hier nicht noch welche an der wende hier unten rum hängen aber die wären schon gekommen wenn da welche wären ob hier ist nichts mehr da der tor hier wird wahrscheinlich verschlossen sein ja ja in einem gerät versperrt ja guck mal hinten ist schon einer jetzt kommt da ja 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 werf du mal deine deutsche mein freund doch noch ein bisschen näher da hängt nur einer an der band würde mich wundern wenn hier um die ecken auch noch welche stehen sonst da oben an der decke so ich glaube normaler trinken altbank nehme ich noch nicht gräberlilie da haben wir auch noch gar nicht so viele von ich glaube das ist wohl erst die zweite die wir gefunden haben da oder da lang glaube ich gehe erst hier lang das sieht doch eindeutig nach einer falle aus noch einer hier die ecken versteckt ich glaube nicht jetzt sei denn ertränkt hier noch ein an der wand gut dann nehmen wir mal zurück dann müssen wir jetzt noch in den anderen gang rein ich glaube das war hier links aber auch langsam weil die fliecher sind verdammt schnell die hauen schlagen auch ganz schön schnell hintereinander zu warte mal irgendwann ist irgendwas ist da links klette glaube ich ne ob wir kommen ah da kommt man von oben also jetzt hier auf gehe ich glaube ich kann hier runter da sind jetzt klette ja gut langsam vor testen hier vielleicht kann ich den ja anlocken oder auch nicht haben sie alle sind und er sind keines klette sind zombies sie stehen nicht wieder auf dann ist ja gut steht die steht doch wieder auf wartet mal ich lass sie mal bis hier kommen oh Mist ich trinke mal mana mal gucken wenn die nicht im wasser darunter fallen vielleicht weil ich habe da jetzt auch kein leuchten gesehen nachdem ich die getötet habe oh guck mal da brauche ich sogar drei für na hier ist doch nichts die kommen aber ah ok die kommen immer wieder neu ich würde sagen dann spurten wir hier einfach mal schnell durch sammeln die sachen ein wir sind ja zum glück nicht schnell ob man soll hier einfach nur durch wenn da ist auch was da hinten ist so leid habe ich gesehen alter noch mehr von denen aber wie gesagt anlegen brauchen wir uns mit denen nicht naja so ganz gemütlich hier durchlaufen nochmal umdrehen da ist nichts mehr ab auf die leiter dann schnell nach oben so wenn wir schon mal was sehen da ist ein hebel da machen wir die bürbensicherheit auf aber ich sonst ist hier glaube ich auch nichts im raum ne sonst müsste eigentlich eine nachricht kommen genau irgendwo hat sich eine schwere tür geöffnet ne kann ich wollen wieso kann ich nicht wollen ah jetzt kann ich wollen ne über die gitterstäbe ist bestimmt nix aber ich wollte gerade sagen da ist doch bestimmt irgendwo einer alter wo ist er da ist er lass mich in ruhe blutungsschaden man glück konnte ich den halt annehmen ohne dass er mich dabei unterbrochen hat sonst wäre ich glaube ich tot gewesen und wer doch dann hätten wir noch komplett zurücklaufen müssen so jetzt müssten wir hier wieder bei der tür sein da ist ein boss ich glaube ja dann gehen wir erst nochmal zurück so dann gehe ich erst nochmal zurück ja die zeit ist eigentlich schon wieder um ja ja so ach nicht zeit vertreiben ja da kommen die machen wir noch bitte folge mal wieder etwas länger ach bist nein den habe ich doch total vergessen verdammter mist weg legt mich am arsch kommt wenn nochmal zurück hier ist auch resetten das ganze hier nochmal schnell so ich möchte da nicht am bericht beim buch sein kommen und schon meine mannach denke ich ja alle verbraucht haben so denkt da dran da um der ecke steht einer oder da kommt jetzt gleich einer hoch und da unten ist irgendwo noch ein hängt da glaube ich auch da an der wand komme ich da dran jetzt dürfte uns aber hier keiner mehr nerven ja dann wollen wir mal gucken vor den ost noch mitnehmen den nebel durchqueren ja warte ja 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 ach die kacke weißt denn hier los ich glaube dann nehmen wir den mal alter lass mich in ruhe ich muss mal mannach dann zu mir nehmen doch mach die ads platt ach die spawnen ja immer wieder neu die ads jetzt nicht ist das denn ich muss hier in einem zauber nehmen die typen sind ja schon nicht verkehrt wir müssen hier in anderen zauber nehmen so ich nehme zwei andere zauber lernen so und zwar nehme ich hier den etwas stärkeren und da und er hin ich werde da lasse ich mal drin mit für keine mana verschwenden mit vorbild unten sind nämlich jetzt mal das schwert und hoffe wenn der hier runter fällt da hier hoch kommt ja dann hat geklappt so jetzt sehen da hinten oder nehme ich erst mal den hier ob der ist besser so dann hier drei die typen rufen das wird hier raus nein ich hänge fest okay direkt schon mal den ersten muss hier erstmal weg ich brauche erstmal orientierung so ach man konnte sehe ich habe man meine seelen sind auch alle sind ja aber es hat auf jeden fall schon besser geklappt dass wir noch mal eben an die zauber nicht so so den brauchen auf jeden fall ja noch ein versuch so 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 ach ja so erstmal wartet was so den und dann hier unten erstmal auf heiltrank und dann wollen wir es nochmal versuchen ach shit hoffe ich versuche es jetzt noch mal mit den schwertern nein ich hoffe dass die nicht an der wand kaputt gehen denke ich schon mal nach bank nee erwarte ich noch mit so erstmal hier alles einstellen einstellen ach shit ok das war doof erst mal weg wenn hier eine runde ich darf es mal weg rennen hier eine runde mal das ist nur nervig okay ich glaube ja ich muss echt mal leben lang ich muss echt mal doch ein bisschen grinden oder einfach zu wenig leben ich bin nach zwei schlägen wenn ich bleibt leute tut mir leid aber ich muss erst mal lebens kill gut ich würde sagen wir machen hier beim nächsten mal weiter die zeit sind auch schon leider wieder weit rüber ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal bye